Es geht weiter mit Let's Play Together. Hallo, es geht weiter mit Let's Play Together. Ja, ich bin da. Also ColinFansWeg3.1 und Rehbach und LP mit Flo Fitzen. Jawohl, der hat meinen Namen nicht zu Ende gesagt. Doch, ich hab mir doch gesagt, LP mit Flo Fitzen. Aber das Fitzen hat man nicht mehr gehört. Aber jetzt sind wir. LP mit Flo Fitzen. Ja. So, ich baue und... So, ich will jetzt was... Ich will jetzt einfach nur erstmal so die Fläche abbauen und nicht erst da runter alles füllen, weil das dauert sonst ewig. Ich brauche keine Angelegenheit hier. Ach Gott, ich hab... Holz will ich nicht zu bringen, das gute Holz. Ja, doch, ich bin... 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 Oh Gott, ich sterb doch nicht an sowas, ey. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ist dir das zu billig? So, jetzt halt schon mal wenig wenigstens so halbwegs die Grundfläche. 1 Wurde fast frei. Hier wurde fast drin und gelatt, er schloss. Ich dachte, das ist mir zu billig. Das war richtig billig. Jetzt lauf ich einfach nochmal zurück. Ah richtig auch. Komm, bin gleich da. Ähm, Tip, deine... ja eine Internetverbindung ist schon wieder im Eimer ja nach der Folge wenn du sprichst dann ist es nicht mehr ja nach der Folge werde ich dann immer noch unten gucken gehen was mit der Internetverbindung angestellt wird oh Gott oh Gott oh Gott okay das war jetzt gar nicht übertrieben zwei Skelette eins weg auf einmal kommt noch ein Skelett um die Ecke und noch ein zweck Krieger und irgendwie haben sie die als alle ins Körper in die Luft gejagt finde ich auch ganz gut ich hab Fleisch und Essen so ich brauch wieder mehr aber das was persönlich bei einem Haus nimmt ich bin nicht mehr genommen ja ja das Projekt verenden das war die Welt also speichern oder das war so ein Griefbettel machen also alles mögliche kaputt machen und gegenseitig alles klauen das können wir machen ja wenn wir da bei 3000 noch angekommen sind können wir machen wie ich meine Internetverbindung wir haben die Welt ja noch fast gar nicht aufgebaut das ist ein bisschen zu langweilig das meine ich ja ich meine ja auch irgendwann später irgendwann so als Ziel des Ganzen ja ja du siehst als viel naja nein echt doch wir könnten eine Burg oder sowas bauen ah ne ich hab keinen Bock also jetzt eine Burg oder sowas bauen obwohl naja egal einfach weiterbauen einfach weiterbauen nein oh ich baue alles ein setzen wir uns einfach als Ziel dass wir alle Erfolge haben das ist doch ein nettes Ziel ich hab auch wie das legt ich kann nicht weiterschauen ok die Folge kann bei mir packt was oh da ist ein Enderman sollst'n Schlageln ne mein ist hier irgendwo ne so ne fette Sandkarne oder so Tim ja Kohle 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 willst du mit der Aufnahme willst du die jetzt dann beenden oder spiel mir noch die 5 Minuten fertig die 5 Minuten nur fertig spielen ich weiß auch nicht wie sich auch die Aufnahme ausübt ob's denn ähm total schlecht ähm Stimmen und so ist so Talect mal sehen wie er Scraps so bei dem Schlag hinkriegt das ist grad richtig richtig verpackt bei mir bei mir ist Wasser genau neben mein Lava also wirklich genau Block gegen Block ja toll ich hab grad alle möglichen Kraftplücke abgebaut äh alle möglichen ähm hier so diese komischen Blätter vom Baum ne hab mich ja bin schon rein drinnen gewesen im Baum auf einmal ist alles wieder da gewesen um mich rum alles volle Blätter das klingt doch sehr ja voll gar nicht oh Gott nicht schon wieder ein Skelett im Basel ich hasse das nicht schleuner ja ich würde sagen dass wenn irgendwo irgendwo ein Skelett noch ein Skelett noch ein Skelett oh Gott wurde kommt ein Skelett ich komm um die Ecke schon wieder ein Skelett um die du sagst komm dringend fertig und enthält im nächsten komm das ist ein Schatten der Stimme verpackt da gibt es bei mir auch gar nicht also du hast gerade gesagt auch kommt dann tut es doch dass es sich erschienen soll und im Stadtstand schon dass er schlossen wurde okay bei mir war es nämlich noch nicht so auch ich weiß jetzt nicht was er in was aus dem als was der Boden gemacht werden soll Römer wird auch auf holz oder was mit dem Boden gut in meinem Haus dann mach ich auch aus Schwarz Eichenholz aber dann aus dem normalen Rückenlöser Scheiß Zombie und auch ein nehmt gleich läuft jetzt noch kurz das sieht halt LUL 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 ALTER Juhl cool der Zombie hab mich bis hier hinten hin geschlagen und ich stand eben grad noch bei meinem Haus aber ich könnt mich ja nicht sehen wo ich bin WAS? ich stand irgendwo noch bei meinem Haus der nicht wie weit? es wird mich soweit bis zu dem Haus ja bis zu dem Steg der Tommy da hinten der war noch hinterm Haus der BAM 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 und der hat dich bis dahin geschubst in der Luft alter wenn die die Aufnahme sehen können Alter Scheiße ich hab meinen Minecraft beendet ich hab F4 gedrückt statt F3 Kacke jetzt komm ich schnell wieder rein ok bin ich tot ok und ich hab grad extra Fresskollen voll gegessen damit ich nicht kein Leben verlier aber nein deswegen eh tot das muss für diese Folge finde ich also ich muss schon sagen zu Ende der Folge wirds immer immer besser hier bei uns ja ja gut dann lass mal das erst beenden ich bin auch ganz gestorben äh ja ist halt bloß ne 8 Minuten Folge also ich würd sagen Scheiße internet ciao bewertet das Video schaut bei den anderen beiden vorbei bis bald ja immer schönen Daumen oben da lassen wenns euch gefallen hat ne jetzt komm ich grad aufm Surf und dann geht ihr weg weißt du ja oh die internetverbindung und alles ist eh total buggy und ciao tschau tschau tschau